Herzlich Willkommen zu Film 1. Heutiges Thema Deutschland, Bundesländer und Hauptstädte. Deutschland hat 16 Bundesländer und 16 Hauptstädte. Nordrhein-Westfalen Hauptstadt Düsseldorf Niedersachsen Hauptstadt Hannover Bremen Hauptstadt Bremen Hamburg Hauptstadt Hamburg Schleswig-Holstein Hauptstadt Kiel Mecklenburg-Vorpommern Hauptstadt Schwerin Brandenburg Hauptstadt Potsdam Potsdam Sachsen-Anhalt Hauptstadt Magdeburg Sachsen Hauptstadt Dresden 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 Thüringen Hauptstadt Erfurt Bayern Hauptstadt München Hessen Hauptstadt Wiesbaden Baden-Württemberg Hauptstadt Stuttgart Saarland Hauptstadt Saarbrücken Rheinland-Pfalz Hauptstadt Mainz Und unsere Hauptstadt von Deutschland Berlin Hauptstadt Berlin Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss Schön Schuss Schuss Ja Schuss Schuss Untertitelung des ZDF, 2020